Der Sturmsoldat ist der Mann für die Front. Sein Fokus liegt auf dem Kampf auf mittlere bis kurze Distanz mit Sturmgewehren und Schrotflinten. Darum schaltet er auf Rang 10 eine AUG Assault und auf Rang 20 eine AK-47 Assault frei, welches beide Waffen der Sturmgewehrklasse sind. Seine beiden Klassenfähigkeiten sind Widerstand und Sturmkompetenz. Widerstand verleiht ihm initial 50 Lebenspunkte Bonus. Das entspricht einem Lebensbalkenabschnitt. Der Sturmsoldat hat also anstatt drei Lebensbalkenabschnitte vier Lebensbalkenabschnitte. Auf Rang 2 bekommt er zusätzlich 10% mehr Widerstand gegen Patronenschaden und eine 10% erhöhte Verletzungsresistenz. Durch seine Fähigkeit Sturmkompetenz bekommt er bei Benutzung von Sturmgewehren und Schrotflinten initial einen 10-Punkte-Bonus auf die Genauigkeit und einen 10-Punkte-Bonus auf die Mobilität. Auf Rang 6 erhöht sich dieser Bonus auf 20 Punkte bei Genauigkeit und 20 Punkte bei Mobilität. Sein Klassenobjekt ist die Gasgranate, welche Schaden über Zeit in einem großen Bereich verursacht. Die Klassentechnik des Sturmsoldaten ist der Kampfgeist. Durch Anwendung dieser Technik wird der Rückstoß reduziert, der Schadenswiderstand erhöht, der Sturmsoldat erhält Heilung durch Kills und kann durch Kills auch die Dauer der Klassentechnik erhöhen. Um seine Klassentechnik aufzuladen kann er Gegner töten, Gegner auf kurze Distanz töten und Gegner mit Sprengladen töten. Außerdem kann er die Klassentechnik aufladen, indem er Schaden an Drohnen verursacht. Wie kannst du den Sturmsoldaten nun richtig spielen? Nun, wie der Name bereits sagt, ist der Sturmsoldat ein Sturmsoldat, der in den offenen Angriff übergeht, Gegner aus der Deckung zwingt und dank des zusätzlichen Lebensbalkenabschnitts die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich ziehen kann und wie ein Tank in einem Rollenspiel fungiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017